Geboren in Toulouse und Paris, trafen sich Jean-Jacques schon in jungen Jahren auf der Rekorde des Nouveau-Arts des Cirque Extraordinaire Paris und wurden schnell Freunde. Aus dieser Freundschaft entstand eine berufbare Zusammenarbeit und nach mehreren Jahren im Cirque du Soleil suchen sie nun nach größeren Herausforderungen. Nach monatelangem Studium an der Grenze des menschlich Möglichen haben sie es erneut geschafft, die Grenzen der Objektmanipulation zu sprengen und zu beweisen, dass sie zuerst als Ikon in der Szene gelten. Sehen Sie nun die neueste Entwicklung dieser beiden Ausnahmetalenten. Lassen Sie sich verzaubern von Ihrer neuen Show. Ich präsentiere Jean-Jacques Gelé. Applaus Oh, oh, oh. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.